herzlich willkommen zur heutigen daily challenge mein name ist patrick segler denkt daran euch bei euren versuchen aufzunehmen und einzusenden den link dazu findet ihr noch mal hier sowie das passwort bevor wir starten denkt daran euch genügend platz um euch herum zu schaffen und gegebenenfalls zerbrechliche gegenstände vor weg springenden bällen in schutz zu bringen kameramann kamera frau ist bereit dann lasst uns anfangen heute ist die finale challenge der ersten woche beim pritsch olymp sammelt ihr durch zusatzaktionen nach zwei bis drei pritschern punkte hier ist es in einem versuch so viele punkte zusammen wie möglich so bringt das spielen des balles mit dem kopf oder dem knie einen punkt zwei punkte gibt es für aktionen mit fuß oder brust drei punkte gibt es sogar für den einsatz der schulter der hacke bzw außen oder innenseite des fußes wer erklimmt den pritsch olymp auf geht's trage bitte gleich deine punktzahl beim hochladen des videos ein wir freuen uns auf dein video